Ja, auch den Link wird es dann in den Shownotes geben. Ich habe Bedarf an Werkzeug gehabt und habe das unter anderem in diese Runde hier gefragt, beziehungsweise ich habe es glaube ich direkt in die Runde gefragt, Bastian hat geantwortet, dass er da Erfahrung hat, weil ich musste einen MacBook reparieren. Und dazu später mehr. Ich habe gekauft ein Set von Schraubenziehern und zwar vielfältigster Art von den Kollegen von iFixit. iFixit haben sich ja einen Namen gemacht in der ganzen iOS-Mac-Szene, weil sie immer die neuesten Geräte irgendwie auseinandernehmen und dann nicht mehr zusammenkriegen. Also iFixit hat wirklich ganz gute PR gemacht in den letzten Jahren. Vor allem eine sehr großartige PR-Leistung, dass sie diese Reparierbarkeit irgendwie in jedem Artikel da auch unterbringen. Also wenn es irgendwie, wenn sie sagen, okay, sie vergeben ja immer so einen Reparierbarkeitswert für ein Produkt. Also irgendwie iPad besteht nur aus Klebstoff, ist schlecht reparierbar, weil du kriegst es nicht wieder zusammen. Und das wird auch oft in Medienberichten dann irgendwie wiederholt. Die Fotos, so hier Mainboard vom iPad, dann steht dabei, iFixit sagt, schlecht reparierbar. Und natürlich hat iFixit auch ein Interesse daran, dass Sachen reparierbar sind, weil dann können sie dir dieses Schraubenzieher-Set verkaufen. Ja, ja, ja. Das ist manchmal so ein bisschen einseitig natürlich auch aus Geschäftsperspektive, dass sie sagen, ah, das ist aber ganz schlechte Reparierbarkeit und kauft doch mal lieber Geräte, die besser zu reparieren sind. Aber, nee, sie haben das ganz gut geschafft, da sich in die Medien jeweils immer reinzuspielen. Und sie machen, sie können auch Fotos machen von Innteilen, ja, von Prozessoren und sowas. Im Gegensatz zu irgendwie, keine Ahnung, Gizmodo. Also irgendwelche Leute, die unveröffentlichte Hardware die Finger bekommen. Das können sie und die Fotos sind eigentlich auch immer ziemlich, also die ganzen, wie die Teile auseinandergenommen werden, das sind coole Berichte, verständlich geschrieben und so weiter. Und naja, die haben ein Schraubenzieher-Set auf den Markt gebracht, was jetzt sich nicht unterscheidet von irgendwelchen anderen Schraubenzieher-Set, aber es ist halt speziell für halt Macs, iPhones, alles so Apple-nahe Geräte. Haben sie auch diese crazy Nintendo-Schrauben dabei? Ja, die PIN, wie heißen die, die heißen Pentalob. Nee, nee, das Pentalob ist ja bei iOS-Geräten gerne. Aber es gibt diese, ich glaub, dreieckigen Nintendo-Schrauben oder so. Auch so crazy Zeug. Three-Wing? Vielleicht. Also da ist alles dabei. Also zum aktuellen Stand, so MacBooks, Mac Pros, keine Ahnung, alles, was du irgendwo aufschrauben kannst, heutzutage noch, das ist in diesem aktuellen Set jetzt erhalten. Das sind irgendwie 54 von diesen Aufsätzen. Das ist irgendwie nicht toll verpackt, aber die Qualität der jeweiligen Schraubenzieher und so ist ziemlich cool. Und ich hab echt mit mir, ich hab echt auf Amazon versucht, du brauchst nur diesen einen Torque-Schraubenzieher, ja? Dann kaufst du dir diesen einen Torque-Schraubenzieher, dann klickst du dich bei Amazon durch und dann sind es halt irgendwie 10 Euro und dann, naja, 10 Euro, dann musst du irgendwie Versand zahlen und so weiter. Das ist auch blöd. Und dann hast du diesen einzelnen blöden Torque-Schraubenzieher irgendwie rumliegen. Und Basti hat dann gesagt, hey, er hat gute Erfahrungen mit diesem IFIXIT-Set und das kostet irgendwie 24 Euro. Auf IFIXIT Europe sehe ich gerade 20 Euro. Also relativ erschwinglich und du kriegst halt so die ganze Palette von den Schraubenziehern. Die sind wirklich eine gute Qualität. Also mit einzelnen Aufsätzen auf so zwei Schraubenzieher-Gestelle bin ich sehr zufrieden mit. Und das war irgendwie so ein Tipp, wo ich gesagt habe, ja, es macht total Sinn, jetzt sich nicht einzeln irgendwie so einen zu kaufen, den man jetzt für sein aktuelles MacBook mal braucht, sondern halt irgendwie das Set mal da zu haben. Ich musste mir einen kaufen für den iMac, weil wenn du das Display aus dem iMac rausschrauben willst, brauchst du einen relativ langen, dünnen Torque-Schraubenzieher. Und ich hatte halt, ich hatte auch so ein Set von Bits. Übrigens, keine Scherze über Schraubenzieher-Bits und Bits und so, bitte, weil ich jedes Mal, das ist... Der passte nicht, Deiner, den du hast. Ich hatte halt so ein Bitset und die Halterung, die dieses Bits hält, ist ja ein bisschen dick. Und die war nicht besonders dick, aber die war schon zu dick, um sie da an dem Zwischengehäuserahmen und Display im iMac reinzuschieben. Und da musste ich irgendwie los, Baumarkt und für 8 Euro so ein einzelnes Ding kaufen. Und das nervt dann natürlich. Ja, vor allen Dingen, die fliegen dann irgendwie rum. Also du hast ja eine Bezeichnung da drauf, aber die findest du auch nirgendwo wieder. Also so ein Set macht da irgendwie schon Sinn. Und das ist halt eins ausgelegt für diese ganzen Produkte, die wir hier so gerne besprechen. Und das fand ich ganz gut. Anwendungsfall war übrigens, ich hab nen Macbook 11 Zoll von 2010. Und da gehen Tasten nicht mehr. Macbook Air oder? Macbook Air, ja, 2010. Da gehen Tasten nicht mehr. Also Tastatur lässt sich nicht mehr bedienen. Nimmt einfach Tasten teilweise dreifach und teilweise lassen sie sich gar nicht drücken und so weiter. Und mehrere Leute haben mir jetzt den Hinweis gegeben, du, das liegt bestimmt daran, dass die Batterie sich aufgepustet hat. Und dass sie nach oben drückt und wechselt auch mal die Batterie. Ich hab eine neue Batterie gekauft und die dann mit diesem Schraubenzieher hat gewechselt. Aber daran lag es nicht. Beziehungsweise vielleicht lag es daran und diese Batterie hat die Tasten dann unwiderruflich zerstört. Was extrem ärgerlich ist. Also was ein extrem blöder Fall ist. Weil jetzt hab ich so ein Core-To-Duo Macbook Air, was total ausreichen würde für meine Unterwegstätigkeiten. Aber was halt keine Tastatur hat. Und jetzt schlepp ich dieses Macbook Air mit so einer Apple-Tastatur mit mir rum. Weißt du? Also beziehungsweise ich hab, das ist hier in der Familie zum Einsatz. Es hat, ja, der Notebook-Einsatz ist halt zerstört, muss man sagen. Und ich weiß nicht, was das kostet zu reparieren, aber eigentlich macht es keinen Sinn, weil dafür ist das halt, weißt du, ein Core-To-Duo, da kannst du jetzt nicht 300 Euro reinstecken. Das würde halt wirtschaftlich keinen Sinn machen. Das Ersatzteil ist halt wahrscheinlich ähnlich wie bei den älteren Macbooks, die ganze Oberseite mit Trackpad und Kram. Genau, weil das kriegst du nämlich nicht auseinander. Also du kannst nicht einfach Tastatur rausnehmen oder so, du musst halt komplett auseinander bauen. Was sicherlich mit diesem Schrauben-CZ ginge, aber was mir halt auch nicht dieses komplette Gehäuse-Teil repariert. Und da ist es eine relativ unbefriedigende Geschichte. Ich hatte, mir war es halt das Wert, diese 60 Euro für einen Akku und diese Schrauben-CZ zu investieren und zu sehen, ob ich für 80 Euro vielleicht die Chance habe, eine aufgepustete Batterie irgendwie rauszunehmen und eine richtige reinzusetzen, aber nicht irgendwie ja hier groß Geld in die Hand zu nehmen. Hat die alte Batterie irgendwie unförmig ausgesehen oder war okay? Also hättest du ja auch sparen können, erst aufmachen, dann nachgucken, oder? Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja, ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen, ja. Okay. Aber, naja, jetzt müssen wir einfach warten, was dann noch so an neuer Hardware kommt dann. Ja.